Was? Wo waren Sie die letzten drei Tage? Wieso? Hier? Äh, zu Hause, aber... Und? Irgendwas Besonderes vorgefunden? Ich meine, Streit mit dem Freund? Lebenspartner oder sowas? Ich bin Single. Aha. Dieser Hautausschlag. Nun ja, wir haben darin Leichenbakterien gefunden. Bitte? Leichenbakterien? Und wir würden ganz gerne wissen, wie die in Ihren Mund gekommen sind. Hatten Sie vielleicht in der letzten Zeit Kontakt zu einer anderen Person? Ich meine, Intimkontakt? Wo ist die Leiche? Frau Grant, da haben Sie in der letzten Zeit jemanden kennengelernt, mit dem Sie, ja... Irgendwelche Partys, Kontaktbörse, Singletreffs. Hallo! Ich glaube, ich hole noch lieber einen Schluck Wasser, oder? Hallo von mir aus. Hallo von mir aus. Untertitelung des ZDF, 2020